Das war meine Mutter nach der Entlassung. Das war eine... Das war Ihre Mutter. Meine Mutter und ich, wir nie sprachen, bis sie Tod, nie, über die Konzentration Camp. Wir waren niemals strong genug zu sprechen. Dann machen sie paper towels aus. Ich weiß nicht, wie Sie ein Buch zerstört haben. Das war ein Buch. Ich schaffe nella 25, or IG, die eine Kirks Atmen, die 50 Babys in Crim. Der Doktor, die in charge後, was Jer, die Behörde von Austritt, die Doktor refused Monday, von den Milken, ot trug dem Bez SMS instead. 48 der 50 Babys sind. Die Babys wurden nicht SS. Zestand nicht Nazis. 10% of An Eye for an Eye is about the Jews who took revenge, Jews who beat Germans, who whipped Germans, who tortured Germans, who killed Germans. 10% of the book is about them. 90% of the book, 90% of An Eye for an Eye is not about Jewish revenge. It's about Jewish restraint, Jewish benevolence. Copy of An Eye for an Eye in the German language.